Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie penibel und filigran es beim Motorenbau zugeht. Hier habe ich so ein handelsügliches Haarstoffpläu. Das Haarstoffpläu ist auch schon bereits gelaufen. Man sieht hier der Verschleiß in Pläulager. Ziemlich klopfende Verbrennung gewesen. Die Druckseite hat ganz schön Verschleiß abbekommen. Unten geht es einigermaßen. Wir montieren das jetzt mal und ich zeige euch mal, was es da für Unterschiede gibt. Diese Haarstoffpläu werden in der Regel mit solchen ARP-Schrauben festgezogen. Der Hersteller sagt, dass diese ARP-Schrauben mit dieser Paste festgeschraubt werden sollten. Das ist eine Grafitpaste. Die sorgt dafür, dass die Reibung in dem Gewinde und oben am Kopf gleichmäßig ist. Und dass das Drehmoment, was man aufbringt hier oben, nicht komplett von der Reibung im Gewinde quasi gefressen wird. Sondern, dass das in die Dehnung der Schraube geht. Es gibt mehrere Varianten, das korrekt einzubauen. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man das nicht machen sollte. Ein Pläulager hat immer, also beziehungsweise ein Pläulager hat immer eine Bezeichnung. Die sollten immer zueinander verschraubt werden. Und wir montieren jetzt erstmal die Schraube komplett trocken. Die sind entfettet. Wir bringen da ein Drehmoment rein, was der Hersteller empfiehlt, wenn man diese ARP-Paste verwendet. So, jetzt kalibrieren wir kurz unsere Messuhr. Dafür ermitteln wir erstmal den genauen Durchmesser des Pläul-Zapfens. 51,994 Millimeter. Und darauf nullen wir jetzt unsere Messuhr. So, wir haben das jetzt mit dem richtigen Drehmoment festgezogen. Und wir haben zwischen 5 und 6 hundertstel Pläulagerspiel. Aktuell. So, bevor wir das aber demontieren, messen wir kurz noch einmal den Stretch der Schraube. Ich hatte die vorher genullt auf die Schraube, die Uhr. So. Und den Stretch, den wir aktuell hier haben, sind... Moment. Eins, zwei, drei... 0,004 Inch. Das sind circa einhundertstel Millimeter. Das heißt also, die Schraube hat sich beim Festziehen um einhundertstel Millimeter gelenkt. Wie sehr sich die Schraube lenkt, bedeutet auch zugleich, wie hoch ist die Vorspannung in der Schraube, quasi. Mit dem die Schraube das untere Pläul an das restliche Pläul presst. Wir demontieren das jetzt nochmal und machen das gleiche mit normalem Motoröl. Das ist jetzt vielleicht einhundertstel. Also, ich habe es das nächste Mal gehört. Und dann auch die Schraube, die Schraube pre quedaiert. Und dann den Zissun. Dann gibt es die Schraube. Und die Schraube schraube. Und dann? Und dann? Ich mache es noch einhundertstel Willi. Das ist das Körn pertama. Ich mache es noch einhundertstel Mal. So, das ist ganz normales 20W60 300V von Motulöl, sehr dickes Öl, das drehe ich jetzt einmal so schon mal rein und dann drehe ich das wieder raus, damit wir das da schon mal ein bisschen benetzt haben So, nun die Messung mit Öl. Ja, jetzt haben wir knappe 500 Millimeter Pläulager spielen, schauen wir mal wie der Stretch der Schraube ist, ja, wir haben jetzt 0,0005 in Stehnung der Schraube, also ein bisschen wäre wie ohne, das machen wir jetzt mal mit der ARP Paste, dieser Graphit Paste, das Ergebnis auch nicht zu verfälschen, werde ich jetzt mit Bremsenreiniger das Gewinde und die Schraube reinigen. Ich trage das immer so ein bisschen auf das Gewinde auf und dann drehe ich zwei Schrauben die ganze Zeit so im Kreis, bis sich das da in die Rillen einsetzt. Da muss auch wirklich überall gleichmäßig viel sein, um wirklich ein gutes Ergebnis, also ein reproduzierbares Ergebnis zu bekommen. Beim Eindrehen der Schraube, da da gut was drauf ist, bleibt auch immer was hier oben hängen, das ist gut, soll nicht zu viel sein, damit wir auch eine Reibungsminderung haben, hier oben im Bereich, wo der Schraubenkopf auf dem Pleuel auch liegt. So, final montiert, Messung mit der Graphit Paste, und was sehen wir? Wir haben ein Volllagerspiel von dreieinhalb Hundertstel. Das ist einwandfrei, wunderbar, ich wollte euch nochmal zeigen, was da für Unterschiede gibt. Wir messen jetzt nochmal den Stretch der Schraube, dabei ist jetzt wichtig, dass wir da unten die Schraube von der Paste befreien, weil wir sonst Messfehler haben. So, und jetzt sehen wir, dass die Dehnung der Schraube sich auf 0,0006 Inch erhöht hat. Das ist auch der Hersteller Sollwert, denn ARP hat, oder die Pleuel Hersteller geben immer so ein Beiblatt zu, wo der Stretch aufgelistet ist, wie hoch der Stretch ist, denn dieser Stretch ist sehr wichtig, denn die Schraube hat ja diverse Reserven, bis sie reißt oder bricht, nicht. Und wenn der Stretch nicht korrekt ist, ist zum Beispiel die Vorspannung im Pleuel nicht korrekt. Und wenn die Vorspannung im Pleuel nicht korrekt ist, kann es schneller sein, dass zum Beispiel es nachgibt und wir somit auch schneller im Pleuel Lagerschaden bekommen, weil das macht, dass das Pleuel Lagerspielleben nicht eingehalten wird. Ich zeige euch jetzt mal, wir werden die Schraube jetzt nochmal reinigen, alles entfetzen und dann montieren wir es komplett trocken, aber wir messen den Stretch der Schraube, denn man kann es auch so machen. Das mit der Paste ist von dem Hersteller nur so entwickelt worden, weil er einfach nicht jedem zumuten kann, sich so eine Messuhr zu kaufen. Deswegen haben sie diese Paste entwickelt. Ohne die Paste funktioniert das nämlich auch eigentlich wunderbar. Das Problem ist nur, man muss halt deutlich mehr Drehmoment aufbringen, um den Stretch zu erreichen, den man eben hat. Und das zeige ich euch jetzt mal. ja, ich versuche das mal. Fakt. 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 Nullen wir jetzt noch einmal ganz genau die Messe auf die Schraube, denn diese Schrauben haben tatsächlich Abweichungen in der Produktion, ich glaube wir haben eben die andere Schraube gemessen. Also seht ihr, die ist jetzt genullt und wenn ich jetzt die andere Seite messe, sieht ihr jetzt leider nicht, wir müssten mir jetzt einfach vertrauen, ja da bin ich jetzt circa 0,002 Millimeter unter dieser Nullo, Inch, sorry nicht Millimeter, so dies genullt, perfekt, dann tasten wir uns jetzt mal schrittweise ran, wir beginnen hier mal mit knappe 60 Nm, so, ok jetzt haben wir knappe 0,0003 Inch Dehnung der Schraube bei 60 Nm, dann machen wir jetzt mal 80 Nm, 0,0004 Inch Dehnung der Schraube bei 60 Nm, so jetzt machen wir mal 90 Nm, dann machen wir 1,0005 Inch Dehnungszeiten, 0,0005 Inch Dehnungszeiten, 0,00045 Inch Dehnungszeiten, wir tasten unseren langsam ran, wir machen jetzt einfach mal 100, 5,0,5 Inch Dehnungszeiten, 0,0,0005 Inch Dehnungszeiten, 0,000 55 inch ich denke jetzt noch mal circa 5 oder sagen wir mal machen jetzt mal 116 117 meter das fühlt sich echt schon brutal an ich mag das gar nicht so ok ja und jetzt haben wir das ergebnis mit 117 newtonmeter was wir vorher mit der paste bei 88 newtonmeter erreicht hatten das bläulager spiel müsste jetzt eigentlich auch korrekt sein da die vorspannung korrekt ist ja es ist bei 0,0035 ich bin jetzt schon in der zollbrüste weil dreieinhalb hundertste ganz einfach ja das war es schon wieder für meine wenigkeit ich finde es am besten wenn man es mit der messuhr den stretch der schraube messt und dann noch in kombination damit nicht so viel drehmoment aufgebracht werden muss mit motoröl denn das mit der paste ist nicht so mein fall das klebt überall und da hat man diese schwarze pasta motor finde ich persönlich nicht so gut ja das war heute schon wieder ganz schön technisch ich trotz hoffe es hat euch trotzdem gefallen ciao bis zum nächsten mal ja 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 Vielen Dank.